Manche sagen, ein Ski, der alles können soll, kann in Wirklichkeit gar nichts. Das ist ein bisschen überzeichnend. Natürlich geht man Kompromisse ein. Ich möchte euch heute zeigen, welche Kompromisse man eingehen muss und wie man am Ende trotzdem zu einem Ski gelangt, der einem in vielen, vielen Fahrsituationen sehr viel Freude machen kann. Bei All-Mountain-Ski ist, wie bei praktisch allen Alpinskiern, der Shape wirklich sehr wichtig. Allerdings spielt sich das bei einem All-Mountain-Ski an einer etwas anderen Stelle ab als bei einem Pistenski, bei einem reinen Pistenski. Wir haben typischerweise etwas breitere Ski. Das sind bei diesem hier, vielleicht kann man es sehen, 80 mm Skibreite. Da fängt die All-Mountain-Fraktion an. Gute Skibreiten für All-Mountain-Skier sind, ich sage mal, zwischen 78 und 90 mm. Das kann man gut als All-Mountain-Ski betrachten, denn diese Skier sollen ja auch abseits der Piste schon anfangen, vernünftig im Tiefschnee mitzuarbeiten. Und dazu brauche ich einfach diese etwas größere Auflagefläche. Der Side-Cut, also der sogenannte Radius, dieser Kreisbogen, den der Ski beschreibt, ist länger als bei einem Slalom-Ski. Mindestens so lang wie bei einem Race Carver. Gerne auch noch etwas länger, denn bei einem solchen Ski ist es kontraproduktiv, wenn er zu zappelig wird und aufgrund seiner großen Fläche macht es auch gar keinen Spaß, ihn in einen allzu engen Kurvenradius zu werfen. Typische Radien sind hier zwischen 15 und 20 Metern. Das können aber auch mal 21, 22 Meter sein. Das spielt nicht so die Riesenrolle, denn diese Skier kann man carven, aber wer High-Speed-Carven betreiben will, der sollte zu einem reinen Pistenski greifen. Dafür ist der nicht gemacht. Neben der Skibreite ist das Kriterium Flexibilität, also Flex des Skis, wirklich wichtig für einen All-Mountain-Ski. Wir fangen mal ganz hinten an beim Ski. Das Skiende darf nicht zu steif sein. Eine gewisse Festigkeit ja, aber nicht zu steif. Ein zu steifer Ski fängt an, mit dem Skiende abseits der Piste nach unten zu buddeln und rotiert mit dem ganzen Ski so nach unten, sodass die Schaufel unter der Schneedecke landet. Das macht keinen Spaß. In der Skimitte muss ein All-Mountain-Ski eine vernünftige Stabilität aufweisen. Er darf auf keinen Fall hier zu weich sein. Und in der Schaufel brauche ich wiederum einen guten Kompromiss aus Flexibilität und Torsionssteifigkeit. Das heißt, er darf sich hier nicht allzu weit verwinden, denn diese Schaufel hat schon eine gewisse Breite. Das heißt, ich habe hier eine gewisse Masse in der Schaufel. Wenn die nicht verwindungssteif aufgebaut ist, dann fängt der Ski sich Vibrationen ein und das macht dann einfach keinen Spaß. Insbesondere auf der Piste nicht. Und die Skier sollen ja auf der Piste auch immer noch gut funktionieren. Auch wichtig ist die Biegelinie. Diese Skier haben eine leichte Camber. Wer die anderen Videos schon gesehen hat auf unserem Kanal, der weiß, worüber ich rede. Hier sieht man also eine kleine Camber. Die ist ausgeprägter als bei einem Freerider, aber die ist längst nicht so ausgeprägt wie bei einem Racecarver oder einem Slalom-Ski. Um eben nicht zu viel Kraft über die Kante in den vorderen Skiteil einzuleiten und um den Ski insbesondere in zerfahrenem Gelände gut manövrierbar zu halten. Das zweite Element der Biegelinie ist natürlich auch wieder der viel besungene Rocker. Der findet hier statt. Auch hier sieht man ganz deutlich, der Kontaktpunkt ist nach hinten verlegt. Dieser Ski ist also auf der Piste drehfreudig. Das muss er auch sein, denn er ist ja relativ breit. Sonst habe ich wirklich Schwierigkeiten beim Umkanten. Er ist aber eben mit der Schaufel leicht von der Unterlage abgehoben, so dass ich wirklich gute Bedingungen habe, um im Tiefschnee auch schönen Auftrieb zu finden und ihn auf dem Wattebausch des Tiefschnees vernünftig zu surfen. Anders als bei Pistenski ist die Länge bei einem All-Mountain nicht durch den Radius des Skis vorgegeben, sondern sollte sich tatsächlich nach der Körperlänge des Fahrers richten. Dieser Ski hier ist für mich ungefähr die untere Grenze dessen, was ein All-Mountain-Ski braucht. Der geht mir bis zur Nase. Das kann gerne bis Körperlänge oder auch ein, zwei, drei Zentimeter länger sein. Die Länge des Skis gibt einfach mehr Fläche, mehr Auftrieb und macht dann in anderen Fahrsituationen, die nicht auf der Piste sind, eben einfach auch mehr Spaß. All-Mountain-Ski sollen wirklich einen breiten Einsatzbereich abdecken und das können sie auch. Aber bitte lasst euch nicht verarschen. Da gibt es ein paar Skier am Markt, da steht All-Mountain drauf, da ist nicht All-Mountain drin. Guter Indikator ist die Mittelbreite, irgendwas zwischen 78 und 90 Millimeter, da kann man über All-Mountain reden. Die Länge zwischen Nase und Körperlänge und dann seid ihr ganz nah dran an dem Ski, der wirklich verdammt viel kann und der euch auch wirklich viel Spaß machen wird. Das sollte schon klappen. So viel zum Thema All-Mountain-Ski. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt uns ein Like, das wäre ganz lieb von euch. Außerdem könntet ihr gerne unseren Kanal abonnieren, dann sehen wir uns nämlich demnächst, wenn es hier Neuigkeiten auf unserem Channel gibt, auch gleich wieder.